hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von a way out einem koop spiel das heißt einem spiel mit dem dass man zwingend mit einem partner zusammen spielen muss ich habe das spiel zusammen mit pixelfiziert gespielt einem streamer von twitch dessen kanal ich hoffentlich im video jetzt verlinken konnte falls nicht findet ihr ihn auf jeden fall den link in der video beschreibung unten aufgenommen haben wir das spiel am karfreitag direkt in einem stück durch deswegen immer nur dieses kurze intro ich wünsche euch viel spaß modus stein oh ja mit dem junior alex oder so ist es glaube ich ja ja als heim hat man nicht eingesetzt der mohr oh voll abgebildet scheiße so viel zu italien ja papa war in italien leo kann ich dir etwas persönliches fragen ja sicher wie hast du dich und deine Frau zusammengekommen in dieser Linie zu arbeiten wir haben immer zusammengekommen wir haben immer wieder du weißt du sie mich besser kennen ich war 12 als wir in der Orphanage Orphanage? du kannst sagen dass meine Eltern nicht ihre Arbeit ich bin sorry zu hören nicht ich kann sie nicht vergessen ich bin froh zu haben ich bin froh zu haben sie war verrückt wir haben immer wieder wir haben zusammengekommen wir haben immer wieder wir haben 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 die wir haben wir haben Mhm. Die ist es nicht. Hallo. Ach, du rennst schon wieder. Oh, ist das die hier? Oh. Ich glaube, ich erwarte ein Geschenk. Ich will ihn nicht sein. Nein, du wirst. Ich werde ihn schrauben. Ich bin sicher, du wirst. Ja, ich wirst. Du kennst das, was ich mit meinem letzten Freundin gemacht habe? Ich erneut ihn unter dem Auto, und dann... All right, all right. Ich verstehe. Ich werde dich da. Ich habe drei Autos. Zwei Hände und eine wunderschöne, wunderschöne Frau. Und eine Frau. Jetzt ist es alles weg. Okay. Was ist passiert? Kampferung. Oh. Das würde es tun. Klickspiel ist nichts. Nein. Oh, ich glaube, ich habe einen Jungen gefunden. Was ist das? jetzt habe ich hier einen kleinen aber vielleicht müssen wir spielen schlag den typ oder was vielleicht kommt dann der kleine weil da ist der schaukelgarten kleiner ja Oh. Äh. Ah du ah. Yes. Oh, scheiße. Yes. 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 Wow. Wow. Home run baby. Alle Achtung. Oh scheiße. Oh shit. Wie viel hast du denn zu werfen? Egal wie viel oder was? Äh. Glaube. Der Eimer wird nicht leer. Oder? Oh. Oh scheiße. Hm. Kannst du mal aufhören? Ja. Können wir mal probieren. Wunderbar. Hallo. Ich möchte mal werfen. Darf ich dich mal schlagen? Äh. Lass. Lass. Wunderbar. Danke. Achtung der Karl. Jetzt hat mir in die Fresse was auf. Hahaha. Ach guck. Hast du immer irgendwas anderes gedrückt? Oder bist du nur ein normales geworfen? Immer mal was anderes oder auch gar nichts? Okay. Ah ja. Oh yeah. Alter. 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 Wie der Drall abgeht ey. Wahnsinn ne? Alter. Jetzt schon besser wie ich. Komm mal hin. Boah. Du Killer alter. Ja. Man braucht nur den richtigen Zeitpunkt treffen ne? Denn an so einem trifft er auch. Aber obwohl ich. Jeden Ball ey. Muss man irgendein bestimmtes Ziel verfolgen? Ne. Ich glaub das einfach nur wieder so zischt ein bisschen. Na. Jetzt treffe ich keinen mehr. Hahaha. Hahaha. Okay du hast gewonnen. Man. Hahaha. Ich bin gut. Das wird gut für jetzt. Danke. Du bist willkommen. Ja den kleinen. Den hab ich auch gedacht oder? Ja. Aber. Ich komm da nicht hin. Ich kann auch zu der Mutti nicht da. Die ist es glaub ich auch nicht. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Hier war noch einer. Der hat noch was repariert hier. Ah. Woah. What the hell happened to this car? Beat's me. Just doing my job. Looks pretty banged up. You sure you can fix it? You damn sure I can. Das ist halt drauf lassen. Oh. Ich glaub ich hab'n. Hey. I see my kid over there. Come on. Let's check it out. Yeah. Looks that way. God. Ist er durchgerannt oder wie bist er? Mhm. Ich muss die Handel durch. Vincent. Help me out. Ich brauche Hilfe hier. Hier steht so'n Schrottcontainer. Hey Linda. Over here. Leo. Hey. Oh. Ähm. Bye. Geben! Nice. Tonyis. Nice. temlem. Apap. Was möchtest du? Geht es dir, wenn wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, ich gehe es dir. Ich bin ein bisschen beschäftigt hier. Ma'am, dein Freund ist aus der Prisition. Stopp, nennen mich Ma'am. Okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hör, wenn er versucht, Kontakt mit dir zu machen, lass uns wissen. Ja, sicher. Klar, logisch. Welche Frau wird das denn nicht machen? Hey, Polizist, mein Mann ist hier. Könnt ihr ihn bitte wieder abholen? Genau. Gut, beim Anschnitten ist das Fleisch auch gar nicht verkehrt. Aber, ja. Wir sollten jetzt gut sein. Okay. Sie würden einfach so wieder fahren und leben, oder? Wir sind gut? Natürlich sind wir. Du bist okay? Ja, ja, ich bin okay. Gut. Hey, Alex, schau, wer ist hier? Alex! Der Papa ist aus Italien zurück. Ja. Hey, buddy. Don't worry, Leo. He's... Just a little bit upset. He found out? Ja, aber auch blöd, wenn die Kinder lesen werden. Komm her. Also, ist das der Typ? Ja, das ist, äh, Vincent. Schön, dich zu treffen, Frau. Hey. Linda, ich muss dir sagen, was passiert ist. Ja, aber... Ja, aber erstens, du musst mit Alex sprechen. Natürlich. Na klar, wenn du jetzt fettst. Oh je. Hahaha. Das funktioniert. Hey, ich kann deine Hilfe nutzen. Ah ja, klar, holen wir was weg. Ähm. Tja, musst du wohl hinterher. Alter, da kannst du sogar Dart spielen. Wie geil ist das denn? Also, wenn du mich vielleicht drauf ansprechen willst, dann hast du so eine kleine Seifenkiste. Mhm. Ich kann nur gerade nichts machen. Zum Baumhaus gehen, okay? Hier, Ma'am. Ah, ne, ich darf halt nehmen, so. Oh, das ist doch geil. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Oh, Mann. Ach, Scheiße. Ich bin ein Auslöser, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, sie muss einstellen wahrscheinlich. Ja, Mutti, was ist denn? Muss denn noch was einstellen oder nicht? Come on, buddy. Come on, just let me up. Oh. Hey. What's this? Hey, look, your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? Alright. Wie geil, lass das ein. Mal wenigstens gerade leise, ne? Mhm. Das muss ich hier reparieren. Oh ja. Da gibt's schon Raucher und Bier drin, gerne. Hahaha. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. I love you, buddy. I love you so much. You want to play some basketball? Uh. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Um, yes, I am. You want to shoot some hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on, just one game? Come on, Vincent. Okay, guys, one game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know, I'll win. Hm. Müssen wir jetzt Basketball spielen? Ja. Ach, du Schander. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. Ähm. Daddy, pass it to me. Scoring like Abdul-Jabbar. Ja, ich hab den Ball her, Kind. Ähm. Oh. Was mach ich mit dem Ball? Kann ich den irgendwie nehmen? Ah. So, eben pausen. Kamera. Go, 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 go. Come. Alex, help me. Ah, mach du das. Du bist der Freddy. Yay, I scored! Haha. Yay, getroffen. You're good, Alex. Really good. You think? Yeah. You should become a pro. Really? I'll be right back. Yeah, okay. Also, ich muss nicht die Erziehung übernehmen, weil du kuscheln gehst, oder was? Genau. Hey, beautiful. Haha. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right? We are. But I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile again. Head up. Yeah. I'll meet you. Come on. Let's talk. Genau, lass uns reden. Alex, so. Here we go. This is home now? Not for long. If the cops found us, then Harvey could too. We gotta get moving. Head up. You know what? Let's just leave. Let's get out of here. And you really think Harvey will leave us alone? How do you think he is? How do you think he is? How do I trust him? How do I trust him? Oh shit. It is what it is. This is the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Yeah. Alex, here you go. I'm going to set things right. I'm going after Harvey. Wow. He's not going to get away with this. Head up. Oh man. Oh man. Oh man. Jetzt werde ich mal wieder ausgeblendet. Ray? What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey is hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay. They have me out of here, because I didn't get lost. Don't worry about that. I'll take care. You'll just make sure to get back safe, okay? Yeah. Now don't just yammy. Get back safe or I'll kick your ass. Okay. I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Genau, Stalin. Oh, oh. Ist das die Waffe in deiner Hose oder die Freude, mich zu sehen? Beides. Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. What do you think? Nice going, buddy. Hey, gut, da hat schon lange niemand das in halb 20 Sekunden. Well, listen. I can't believe now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now. All right? Can't we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me on. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Na dann. Gehen wir mal in die Innenstadt. Bus fahren, ob das so das Ideale ist? Bluffen oder drohen? Gehen wir mal in die Innenstadt. Oh, yeah? And you're gonna stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right, though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? Just keep calm and calm and calm and calm and calm and... That's how we keep you honest. That's right. There you go. You better hope you build it to code, man. Man weiß dann nicht, ob die die Bullen rufen sollen, ne? Ja, stimmt. Nice job. I wish I could say the same. Das ist aber nix hier. Ich bin von der Arbeitssicherheit. Hallo? Haben wir mal auf dem Kopf her? Das ist scheiße. Geh von meinem Geschäft erledigen. Ja, ja, wenn du warst, gehe ich auf. Leck mich am Arsch. Wen wollen wir denn überhaupt sprechen? Den Ray, oder? Ach so, der weiß, was hier abgeht, ne? Genau. Wer ein anderer Typ ist. Alter, was bauen die da gerade? Irgendwas ganz großes. Hey, hey! What? Ich kann dich nicht hören. Ich bin für deinen Bösen. Mein was? Mein was? Ich will mit dir sprechen. Kannst du das auf? Ich kann dich nicht hören. 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 Ich kann dich hören. Komm her. Überrasch. Hey, ich habe dich für deinen Boss. So meine ich. Aber dieses Stück Schuss nicht funktioniert. Ich kann dich nicht hören. Ich kann dich hören. Du sollst, was ich machen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ja, was ist das? Hand es überrasch. Okay. Oh, wie hast du das geschafft? Ich kann dich hören. Hallo? Wer ist jemand? Überrasch? Ich weiß, dass du nicht funktionieren. Ja, natürlich kann ich das. So, wie gesagt, ich bin hier auf der Seite. Hey, willst du es versuchen? Okay, warum nicht? Was denn jetzt? Äh... Traut sich keiner? Well, ich denke, ich könnte. Aber seitdem ich dich hier vorhin gesehen habe, wer bist du? Du hast mein Team! Es ist okay, ich finde ihn auf mein eigenes. Warte, wer bist du? Ich? Keiner. Hab einen guten Tag jetzt. Müssen wir Armdrücken machen, oder was? Äh, ja, mit einem von denen kann ich nicht. Du kannst es nicht machen! Wenn ich das mache, dann gehen die weg. Hey, willst du es versuchen? Okay. Gehen wir runter. Ja! Ach so, müssen wir... Okay. Du kannst es nicht mehr schliessen. Du siehst du hoch, mein Freund. Wir machen das. 3... 2... 1... 4... 3... 4... 4... 5... 4... Nein, 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 nein. Alter, du machst mal aufschlussend, deine E-Taste kaputt. Geh hin und ahhh. Oh, Karl, bist wir da? Aua. Du hast es aufgegeben. Krampfeflieger wahrscheinlich. Krass. Oh, da können wir einsteigen. Du kannst bestimmt ganz hoch fahren da so, aber du bist doch eigentlich gar nicht so einer, der nach oben will. Eigentlich nicht, aber hier unten ist ja nichts mehr. Oder willst du noch einen runder Arm drücken? Nee, lass mal. Oh, okay. wo muss ich hin du darfst rennen ich fahr derweil mal aufzug alles klar hehehe warte im schnitt oh du arschloch ich hab mir einfach das zeug weg Aua hallo 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 jungen ich hab dich oh oh boah der assi schon wieder ey wow macht der alles kaputt weißt du warum man eigentlich nicht mehr man sieht auf der baustelle ja äh wunders fährt er jetzt hoch oder was ne der ist im aufzug und du bist oben drauf oder ich glaub schon ja alter äh ja du bist oben drauf hey relax no need to use that now okay why the hell not dann suchen wir mal ist der hier lang oder ist der die treppe hoch die leben hier lang der mobs da da sollten wir nicht runterfallen weißt du ihn weißt du ihn irgendwo siehst du ihn irgendwo wir schauen wir schauen wir er ist wahrscheinlich irgendwo Kacken gestört. Ich gucke einfach mal rein. Hallo? Ah, guck mal, die Bierflasche, hast du gesehen? Mhm. Ah, ich hab noch einen Container. Ah, ich hab ihn. Exakt. Brauchen dich. Ja, Achtung. Und? Hast du? Ja. Drei. Zwei. Ahja, okay. Machen wir's mal wieder so. Ey. Hey. Hängst du dich an den Grauen oder ich? Siehst du? Äh, egal. Kann ich versuchen, ja. Ich häng da mal ein Ründchen ab. Muss weiter weggehen, glaub ich, ein Stück. Ah, jetzt. Ah, halt, halt, halt. Ach so, du musst dich draufstellen. Oh. Was du machst? Hör dich auf. Genau, schneid ihm den Weg ab. Alles klar, Joooooo! Wie heißt das Spiel? Moor's Edge, gell? Welches? Das Moor's Edge, wo du den Parcours-Scheiß machst. Ich spring dir da was? Ne. Warte. Sorry, Junge. Gibt's aufs Maul. Ja, ich bin aufm Weg. Ich kann leider nicht schneller. Oh, der Arsch hier, ne. Hör auf meine Finger, du Arsch! Oh! Oh, Krato geschafft, ey. alles klar sonst geht es ihnen aber gut komische steuerung also jetzt er wird wieder zurück klar hat er geht runter ist runter ist runter ja er kommt zu dir runter gleich an der doch mit ich weiß gar nicht wo ich hin soll komische perspektive oh ja genau das ist gut jetzt kopf runter hängst okay ich dachte schon so you going to tell me where harvey is fuck you i ain't telling you shit fuck me huh ok oh look at this a gun i wonder what you could do if you could stick it up your ass you know what let's put it here for now hey vincent i don't know about you but i see a lot of different things here that could make this guy talk what do you say guys come on i've got a few ideas me too let's see if you talk or not mhm warte mal jetzt sind mal erstmal rum gucken ne ne gleich alles nehmen ja auch die geldbörse nehme ich mal nagelpistole nagelpistole ist geil ne ich nehme den schweißbrenner schweißbrenner ist gut ich nehme die nagelpistole noch mal oder wo? Okay. Tut nicht. Lamm und Paar? Oh oh! Hm. Rutschle! Ich hab noch was, guck mal. Mhm. Okay. No more Mr. Nice Guy. Ah! Stop it! You're gonna break my arm! You better start talking then. Ah! Ah! My arm, man! Next time I will break it. Oh! Oh! Alle Achtung! Yeah? Start talking then. Alright! Alright! Calm down, man! Calm down! Somewhere in Mexico. I don't know where exactly, but he's in Mexico. He's got a big mansion there. It's the truth! I swear! That's where he's hiding, huh? Yeah! That's where he is! Don't tell him I told you! You don't tell me what to do! Alright! Alright! Calm down, man! See you later! Hey! Let's go! Yeah! Where are you going? Don't leave me here! You're crazy! Untie me! Guys! Go back! Die hätte ich besser mitgenommen. Guess we're heading down to Mexico then. Yeah. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? What does it look like? Wait. Step aside. So, so. Du hast bei der Bank gearbeitet. Ja. Wieso muss ich fahren? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe einen Kontakt, der uns nach Mexiko fliegt. Das ist gut. Und ich habe eine Idee, wie ich diese Barsch bekommen habe. Aber wir brauchen Geld. Wir können auch einen Laden ausrauben. Hm. Wir müssen auch einen Laden ausrauben.